Mit der Mediensteuerung in den Seminarräumen 1 und 2 können Sie sehr leicht Videos, PowerPoint-Präsentationen oder andere Inhalte von Ihrem persönlichen Rechner oder von einem USB-Stick aus auf dem portablen Monitor abspielen. Drücken Sie hierfür zuerst auf den Knopf mit der Beschriftung ON. In wenigen Sekunden wird sich der Monitor einschalten. Wenn Sie Inhalte aus dem Internet oder von einem USB-Stick aus abspielen möchten, schalten Sie den Lektorenrechner ein. Dieser befindet sich zu Rechten des Lektorentisches. Drücken Sie nun auf der Mediensteuerung auf den Knopf Computer. Der portable Monitor zeigt nun eine Kopie des Computerbildes, welches Sie auch auf dem kleinen Monitor sehen. Wenn Sie die Mediensteuerung mit Ihrem persönlichen Rechner verwenden möchten, verbinden Sie diesen mit einem HDMI- oder einem VGA-Eingang auf der Vorderseite der Konsole. Die nötigen Kabel befinden sich auf einem Regal neben dem Lektorentisch. Wenn Ihr Rechner über keinen HDMI-Ausgang verfügt und Sie deshalb eine VGA-Verbindung verwenden müssen, beachten Sie, dass nur dann Ton übertragen werden kann, wenn Sie den kleinen Klinkenstecker, der in das VGA-Kabel integriert ist, in den Kopfhörerausgang Ihres Rechners stecken, sowie das andere Ende in den Audio-Eingang der Mediensteuerung. Wenn Sie nun mit den Knöpfen das richtige Videosignal wählen, wird dieses auf dem Monitor angezeigt. Wenn Sie auf Dockcam schalten, zeigt der Monitor ein Livebild der Kamera des Visualizers, welcher sich rechts neben dem Lektorentisch befindet. Mit diesem können Sie, ähnlich einem Overheadprojektor, analoge Dokumente groß auf dem Monitor anzeigen. Über die genaueren Funktionen des Visualizers informiert Sie ein eigenes Video. Wenn Sie den Raum wieder verlassen, schalten Sie nicht nur den Lektorenrechner, sondern auch den portablen Monitor aus, indem Sie auf der Mediensteuerung wieder den Off-Knopf drücken. Untertitelung des ZDF, 2020